Es ist mit uns ein mächtiger, starker, junger Mann, Joschko Hrvatic aus Plitz. Soweit ich mich erinnere, hat er mir gesagt, Pater, sagen Sie das nicht, dass ich Rauschmeißer war, aber ich habe es jetzt gesagt. Nun, er war jahrelang abhängig und er ist in die Gemeinschaft eingetreten und er hat sich bekehrt und hören wir nun sein Lebenszeugnis. Joschko, bitteschön. Guten Tag allen, ich heiße Joschko, ich komme aus Plitz und ich grüße euch alle in Kroatisch, aber ich setze fort und spreche dann in italienischer Sprache, so wie meine Mitbrüder vorher. Ich war ein Abhängiger, ein Toter und ich bin auferstanden. Wir alle sind auferstanden. Meine Familie war tot. Wir waren voller Traurigkeit, Streitigkeiten und ich war voller Hass, voller Lüge und Heuchlerei. Aber neben dem Ganzen, ich möchte sagen, wir waren eine gute Familie. Aber trotz dem Ganzen hat uns etwas gefehlt. Meine Eltern haben mich erzogen. Sie haben mich gelernt, dass ich andere achte und schätze. Und sie haben zu mir gesagt, es ist gut, die Wahrheit zu sagen und nicht zu stehlen. Aber trotz dem Ganzen fehlte uns etwas, also mir fehlte etwas. Und von der anderen Seite, dann in der Pubertätszeit hatte ich in mir diese wunderschönen Wünsche. Ich wollte viele schöne Sachen tun. Ich wollte viele Freunde haben, eine gute Freundin finden. Und all das habe ich gefunden. Aber trotz all dem hat mir etwas gefehlt. Und wenn es um die Wahrheit geht, nun dann, wo ich begonnen habe zu lügen, damit ich dann meine Freunde befriedige und dann wegen der Angst. Ich habe doch gelogen, auch wenn sie mich gelernt haben, dass ich nicht lügen soll. Ich erinnere mich, dass meine Mama einmal zu mir kam und dann hat sie mir gesagt, wie kommt es, dass du zu so einem Lügner geworden bist. Sie hat mich nicht gefragt, weshalb nimmst du die Droge, sondern sie hat mich gefragt, weshalb bist du so lügenhaft. Ich habe dich nicht so gelehrt. Und ich frage mich jetzt und ich frage auch euch, was ist die Wahrheit? Unser Herr, Jesus Christus, er ist die Wahrheit, aber ich kannte ihn nicht. Und dann, nach den Jahren der Lüge, als ich in diese tiefe Traurigkeit gefallen bin, an einem Abend habe ich Fernseher geschaut und dann habe ich eine Ordensschwester gesehen, die gesprochen hat. Niemals zuvor habe ich eine Ordensschwester angehört und ich wollte auch nicht diese Ordensschwester anhören. Aber mein Herz hat sie verstanden. Nach vielen Jahren habe ich verstanden, das war dieser Moment der Gnade, in dem es mir die Mutter Gottes geschenkt hat. Und das war Schwester Elvira. Und glauben Sie mir, ich wollte wahrhaftig nicht in irgendeine Gemeinschaft eintreten. Ich wollte dies wahrhaftig nicht, denn in mir war dieser Stolz und dies hat ständig zu mir gesprochen. Du kommst selbst aus dem Ganzen heraus. Aber trotz dem Ganzen landete ich dann in der Gemeinschaft. Und ich erinnere mich, als ich dann in die Gemeinschaft eingetreten bin, ich erinnere mich an die Augen dieser jungen Männer, ich erinnere mich an ihr Benehmen und wie sie mich angenommen haben. Und ich erinnere mich an ihre Freundschaft. Und in meinem Leben hatte ich so sehr den Wunsch nach einer wahrhaftigen Freundschaft. Und ich habe schon die Hoffnung verloren, dass es die wahrhaftige Freundschaft gar nicht gibt. Ich war im Inneren überzeugt, dass es so etwas nicht gibt, aber dies gibt es doch. Und ich habe wahre Freunde getroffen und ich bin ihnen begegnet, die bereit waren, diesen schweren Moment meines Lebens mit mir zu leben, ohne irgendein Interesse, ohne dass sie irgendwie ein Gegengeschenk erwartet haben. Und ich erinnere mich an die erste Begegnung mit Schwester Elvira. Da war ich erst einen Monat in der Gemeinschaft. Und sie, sie kam zu mir. Sie kam in Begegnung. Und sie sagte, komm zu mir. Komm, wir gehen ein wenig spazieren. Wir werden ein wenig zusammen sprechen. Und ich bin mit ihr dann gegangen. Und sie schaut mich an und sagt, du sprichst Italienisch? Und ich sagte, nein. Und dann habe ich begonnen, in Englisch zu ihr zu sprechen. Entschuldigung, ein Fehler bei der Übersetzung. Also, sie wiederholt noch mal. Nicht er, sondern die Schwester Elvira hat begonnen, Englisch zu sprechen. Aber ich möchte Gott vermitteln, aber ich kann kein Englisch. Aber sie war trotzdem weiterhin beharrlich. Und ich war sehr beeindruckt von dem Ganzen. Ich war beeindruckt durch die Sprache. ihres Herzens. Und dann bin ich wieder hier nach Medjugorje gekommen. Und ich werde euch noch zwei wichtige Momente erzählen. Und ich habe gearbeitet und bin hoch und runter gerannt. Und sie kam mit einer Gruppe von Freunden. Und ich erinnere mich, Joke, komm hierher. Sie sagte zu mir, und ich bin gekommen, und sie sagte, sie sagte dann, Joke, schaue die Mutter Gottes. und ich stand da, und sie fragte mich, ist es die Wahrheit oder nicht? Und ich habe in mir überlegt, was ich sagen soll. Und wenn ich sage, ja, ich sehe sie, aber es ist nicht die Wahrheit, weil ich bin nicht der Seher. Und wenn ich Nein sage, und dann wird sie mir vielleicht sagen, ja, wie siehst du sie nicht? Und ich habe dann gesagt, Schwester Elvira, schaue, ich bemühe mich, sie zu sehen. Und heute, wenn ich darüber nachdenke, wahrhaftig in meinem Herzen kann ich dies sagen, ich sehe die Mutter Gottes, ich sehe ihr wirken. Ich sehe, was sie alles für mich tut. für unsere Gemeinschaft, für die Menschheit. Und ich sehe, dass die Mutter Gottes existiert. Und die zweite Episode, dann war eine heilige Messe und dann kurz nach diesem Geschehnis, worüber ich jetzt gesprochen habe. Und während der heiligen Messe habe ich gesagt, Herr Jesus, danke dir, denn viele Menschen lieben mich. Und wir saßen dann am Tisch zusammen beim Mittagessen. Es waren sehr viele am Tisch. Und dann die Schwester Elvira hat dann in einem Moment vor allem uns dies gesagt, danke dir, Joke, denn du hast uns in die Hände Gottes gelegt, denn wir lieben dich. Aber vergesse dies nicht. vergesse nicht, dass auch vorher dich viele geliebt haben und du hast trotzdem die Droge genommen und sie hatte recht. Und ich, ich danke Gott, der Mutter Gottes und Schwester Elvira und der ganzen Gemeinschaft und ich habe die Gelegenheit bekommen, denn ich habe die Gelegenheit bekommen, dass ich beginne, dann auch die anderen zu lieben und dass ich erlaube, dass die anderen mich lieben, trotz all dem, was die anderen denken oder sprechen, dass ich gut sein muss und dass ich die Werke der Liebe und der Freundschaft leben muss, mit dem Herzen lieben. Und wahrhaftig, ich möchte Danke sagen, so wie die Mutter Gottes vor einigen Tagen dies gesagt hat in ihrer Botschaft, dass nur mit einem reinen Herzen der Mensch sich gut fühlt und im Leben in der Wahrheit mit sich selbst und die wahrhaftige Freundschaft existiert, die gibt es. Danke, danke. Danke, Joschko und danke auch nochmals Schwester Elvira und der Gemeinschaft Genacolo.